einen wunderschönen da bin ich mal wieder euer odin und ich begrüße euch zu einer neuen gameplay review diesmal cube directors cut ihr seht wieder auf der ps4 ich bin mal sehr gespannt ich wollte das eigentlich schon vorher machen und ihr solltet auch bekommen ich habe aber die e mail nicht gesehen mit dem code und deswegen kommt das jetzt etwas verspätet weil die e mail bei mir komplett untergang ist keine ahnung und ich habe die ersten bilder ihr seht da cube schon gesehen damals und war da sehr begeistert von also pressoptionen habe ich den falschen knopf gedrückt aber mit dem neuen aufnahmegerät werde ich erst mal option soundvolumen mache ich mal so ich habe auf dem headset ganz leise sound ob es mich so eingestellt dass jetzt in etwa wie wie bei euch jetzt rüber kommt oder so in aqua so ihr zeigt aquablau so ein stück ja das noch mal so müsste rein theoretisch klappen gamma werte sind okay das ist alles auch okay back so und wir machen mal ein new game also wenn ich jetzt nicht rechtzeitig reagieren kann wenn irgendwas ist leute dann lichtet an meinem finger weil mein finger ist immer nur außer kraft gesetzt ich versuche jetzt gerade so mühe und not hier den controller irgendwie zu halten ohne dass mein finger schmerzt das meine hand ich guckte ich guckte das meine hand doch doch das müsste rein theoretisch jetzt meine hand sein ja sei doch bewegt sich jetzt alle einmal ein paar wege und 15 daz in fact they thought you were dead if it wasn't for your life suit you probably would be und das ist jetzt hoch oder was listen there's been a complication we can't link into your pov camera and it looks like communications are only working one way you can hear me i hope but i can't hear you that means we don't know how badly you were affected by the transportation jetzt steck drei Analog Stich, hoch runter gucken, links rechts gucken, linke Analog Stich, links rechts vor, zurück laufen, X ist springen, die anderen machen jetzt. Ah ja, L2 ist was, L1 ist was, R1 und R2 ist auch das Rot und der L ist Blau und der Controller bewegt sich ein bisschen, macht mir aber auch ein bisschen unbeklemmende Gefühl hier. Das passiert. Ich hoffe, Sie haben nicht vergessen, wie wir alle wissen. Jetzt, listen carefully. Das ist wichtig. Der Grund, warum es mir zu sprechen, und nicht Mission Control, ist, dass du zu weit entfernt in deep space ist. Der Signal kann nicht reach dir, aber meine kann. Ich bin Commander Novak. Ich bin Astronaut auf dem International Space Station. Ich werde mir alles erzählen, aber die Schmerzen sind, wenn ich die Schmerzen bin, wenn ich die Schmerzen bin, dann werde ich die Schmerzen rausgehen. Wenn das passiert, dann werde ich dich selbst sein. Ich werde mich einfach auf den Schmerzen bleiben. Ich werde mich zurück in die Schmerzen bleiben. Okay, das ist es. Ich bin jetzt aus der Schmerzen. Ich werde bald wieder zurück. Erinnerst du, was ich dir gesagt habe. Und glaubst du es. Was wird hier? Ich muss aber was mit den Vierecken hier auf sich haben. Ah, okay. Er ist runter. Ah, hier hoch. Okay. Ach, scheiße. Das muss ich noch eins weiter raus machen. Und das hier auch noch eins weiter raus. Das ist geil. Oh, was ist das? Was macht das? Das geht runter. Hoch. Und geht nicht weiter hoch. Okay. 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 Ah, okay. Alles klar. Alles klar. alles klar alles klar jetzt muss ich hier das weint das rein so jetzt runter und dann muss ich hier rüber okay also darauf und da muss ich einmal raus oder zweimal okay dreimal das cool was macht gelb sehr geil und jetzt muss ich darüber aber wie passt nicht das klappt nicht auch nicht Ich bin bescheuert, jetzt komm ich hier nicht weiter nach neun Minuten oder was? Wollt ihr mich rollen? Ich komm nicht, und? Ah, alles klar. Hoppala. Okay. 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 Toll. Scheiße, jetzt muss ich hier gucken. Jetzt habe ich das falsch gemacht, weil... So muss jetzt sein, dass ich dann... Ach, hier rüber und hier rüber. Ach du heilige Scheiße. Ne, das ist falsch. Zurück. Da. Da. Halt. Ne, da muss ich weg machen. Das ist falsch. Da. 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 Oh, shit. Oh, psh. Ah, ha, ha. Gab sie das Schaaft. Oh. Und da. Oh, hier auch. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Nicht gut. Nicht gut. Oh, oh, oh. Ah, schütte. Nein. Oh, falsche Taste. Nein, falsche Taste. Falsche Taste. Falsche Taste. D. Genau. Falsche Taste. 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 jetzt habe ich echt gedacht hier ist es hier zu ende ich habe das erste abgeschlossen ok jetzt wird das nicht klar jetzt jetzt werde ich da langsam ein bisschen schlau draus jetzt werde ich da ein bisschen schlau draus ein paar minuten machen wir noch will ich sagen grün passiert ja nicht was ist los passiert nicht ja 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 so und jetzt da muss ich jetzt einfach mal von oben versuchen naja erstmal hier wird immer kniffliger ok der drunter und jetzt okay 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 so just Okay, okay, okay. Okay, so, dann das, das, nochmal vor, dann das runter, das, 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 das vor, zack. Das, 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 das. Achso, okay. Ah, alles klar. Alles klar, okay, dann. einmal zurück noch mal zurück und dahin hoch zack ist es geil das ist ein schönes spiel das macht mir spaß es ist nein nein da wird eine kugel runter okay da wird noch mal eine kugel runter aber da fällt immer die gleiche kugel und da ok und wir können jetzt da hoch noch mal hoch und noch mal play machen so hat die fällt jetzt weiter okay also dann müssen wir sagen da dann geht das nächste ok 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 also jetzt das 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 ach du die scheiße ok 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 das fehlt hier ja mal rennen müssen alles klar alles klar alles klar ist klar ist klar dann das das runter das hoch und das ist doof also das runter das vor das hoch das ist auch doof also das runter das vor hoch so genau so genau so dann das vor das da müsste der rein theoretisch das 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 war's. Hehehe! Hehehehe! Hehehehe! Nächster abgeschlossen. So, dann würde ich aber jetzt sagen, nachdem wir 2 Level hier gemacht haben, 23 Minuten, würde ich jetzt hier echt erstmal abbrechen, weil ich euch ja auch nicht so viel verraten will. Ihr solltet ja selber spielen. Mit Glück kann ich euch die nächsten Tage dann aber auch erst sagen, würde zu diesem Spiel bei mir auch noch ein paar Promocodes geben, die ihr bei mir gewinnen könnt. Wenn es so klappt, wie ich denke, da wäre ich aber dann nochmal ein extra Video zu machen. Für PS4. Wahrscheinlich, muss ich mal gucken, vielleicht kann ich auch Xbox 360 besorgen, äh, oder Xbox One. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht versprechen, ich gucke nach. Auf jeden Fall ein absolut geniales Spiel. Macht megamäßig Fun. Es ist nicht viel dran, muss auch gar nicht, aber es ist knifflig und es wird immer kniffliger. Ich werde jetzt auf jeden Fall weitersuchten von mir. Auf jeden Fall eine absolute Empfehlung. Es macht megamäßig Spaß. Postet mir doch mal unter das Video, ob euch so was auch Spaß macht. Das würde mich brennend interessieren. Dann würde ich mich jetzt hier auch erstmal verabschieden. Ich will nämlich unbedingt weiterspielen, weil das fesselt mich jetzt hier gerade ganz schön. Und dann würde ich sagen, dann sehen wir uns im nächsten Video. Ahoi! Sagt euer Odin.